Hasenglück, ein Gedicht von Heinz Brandt mit Bildern von Christine Brandt. Zwei Hasen zogen in die Welt und suchten nach dem Glück. Sie hatten viel davon gehört, nun ließen sie alles zurück. Den Klee, die Möhren und den Kohl, sie wussten schon lang, wie das schmeckt. Aber den Geschmack des Glücks hätten sie gern entdeckt. Drei Tage liefen sie geradeaus und dann ein Stück um die Ecke. Da kamen sie an ein kleines Haus, versteckt hinter einer Hecke. Erst staunten sie, wer darin saß. Dann ließ der Schreck sie zittern. Denn viele Hasen wohnten im Haus, aber alle hinter Gittern. Sie sahen sich an durchs Drahtgeflecht, die einen heraus, die anderen hinein. Beide Seiten staunten nicht schlecht und riefen, wie kann das nur sein? Wie könnt ihr in diese Gefahren so leichtsinnig euch begeben? Der Jäger, der Fuchs, der Adler, der Luchs. Trachten euch nach dem Leben. Das riefen die Hasen aus den Ställen und baten die beiden Wandergesellen, bei ihnen zu bleiben. Ein Zimmer für zwei wäre zufällig gerade frei. Doch die beiden ließen sich auch mit täglich Heu nicht locken. Nie fänden wir den Geschmack des Glücks. Bleiben wir immer hier hocken. So zogen sie weiter geradeaus und ab und an um die Ecken. Doch auch nach Wochen bekamen sie noch immer kein Glück zu schmecken. Sie trafen den Igel. Sag uns, wenn du's weißt, wonach soll das Glück denn schmecken? Der Igel war sich nicht sicher. Das Igelglück schmeckt vielleicht nach Würmern und Schnecken. Da schüttelten sich die Hasen entsetzt. Sie zogen weiter und fragten die Elstern nach dem Geschmack des Glücks. Und die schäckigen Elstern, sie sagten, was ist das für eine seltsame Frage? Der Geschmack ist uns ganz und gar gleich. Nur mit allem, was da glitzert und glänzt, fühlen wir uns glücklich und reich. Der Glanz war den Hasen so einerlei wie den Fledermäusen der Tag. So zogen sie weiter, die Hasen, die zwei, bis dunkel ein Wald vor ihnen lag. Am Waldrand stand mit buschigem Schwanz ein Fuchs, der sprach sie freundlich an. Kommt näher, ihr Wanderer, seid meine Gäste und sagt mir, ob ich euch helfen kann. In seinen Augen bemerkten die Hasen ein gierig flackerndes Feuer. Und beiden zugleich erschien sein Gebiss gefährlich und ungeheuer. Da kehrten sie um und rannten so schnell, dass sie augenblicklich verschwanden. Fuchsglück schmeckt nach Hasenbraten. Das hatten sie grad noch verstanden. Und eines Tages kehrten sie ein bei einem Feld mit Rüben. Die waren so lecker, die waren so fein, die schmeckten so gut, dass sie blieben. Am Wiesenrhein machten sie ein Nest, gaben Acht auf alle Gefahren. Sie hatten sich lieb, da dauert's nicht lang, bis auch Hasenkinder da waren. Sie lebten wie im Schlaraffenland, bekamen die Rüben nie satt. Wer weiß, sagte einmal der Hasenpapa, ob Glück solchen Wohlgeschmack hat? ZIPkol Innovations Wohlenschleid